Also, ich weiß ja nicht, ich freue mich nie am Tod von Menschen. Aber. Ja. Aber ja, es geht, es geht. Ich finde, es ist überschaubar. Es ist überschaubar, aber es sind doch ein paar große Events dabei. Wo wir gerade von deinem Penis reden, Tino. Ein tolles Event. Sehr, sehr geil. Wir sind Brenn.internet, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind Tinko. Und Neboa. Geil. Ah, Leute, ich habe Bock. Was ist das für eine Woche? Die Ausgabe muss heute richtig toll werden, weil die 100. Ausgabe war ja Bombe mit Jan. Da war letzte Woche ein bisschen schläfrig. Und heute wird es richtig übertrieben krass und rantig und bunt und laut. Wird es definitiv. Und es war ja auch nicht nur schläfrig, es war vor allem technisch gesehen hier ganz schön hässlich. Ich habe jetzt endlich wieder Kopfhörer. Mein Mikrofon hat keinen Wackelkontakt mehr, dass ich hier mich keinen Millimeter bewegen kann beim Aufnehmen. Es sind die besten Umstände, um hier so einen geilen... Also es ist noch viel besser, als würden wir jetzt im Radio sitzen. Es ist wirklich geil. Aber ein Nachteil hat es, dass wir nicht mehr im Radio sind. Ich kann mich selbst nicht hören auf dem Kopfhörer. Das heißt, ich muss mich immer so ein bisschen leicht absetzen auf dem einen Ohr, damit ich mich ein bisschen hören kann. Das ist voll letztend. Ja, das Masturbieren ist halt auch einfach leichter dabei, wenn man sich selbst so ein bisschen hört. Ja, richtig. Geil. Es gibt heute viele Themen, bei denen ich nicht masturbieren möchte, Tino. Nicht? Ich glaube, es sind ein paar Sachen dabei, die du nicht so mitbekommen hast. Ganz viele nicht. Die aber aus meiner Sicht relativ groß sind. Ich habe von den USA nichts mitbekommen, von Trump oder Biden. Da war ich gar nicht drin die Woche. Das meine ich tatsächlich. Das meine ich tatsächlich gar nicht. Guck mal hier. Hier, fokus.de berichtet. Kennst du den Jerusalemer-Tanz? Ja. Das ist nichts Rassistisches. Das hat nichts mit Stühlen zu tun. Ich fand den immer scheiße oder halt belanglos, sage ich mal eher. Und jetzt hat sich das aber geschiftet. Denn jetzt denke ich mir, welche Trecks-Assis, aka Warner Music, ich glaube nicht Germany, sondern international. Das hast du mitbekommen, ja? Genau. Es gab ja diese Jerusalem-Challenge und da haben ganz viele Rettungskräfte, Krankenhäuser, Ärzte, bla bla. Das ging jetzt über ein Jahr so. In dieser schweren Corona-Zeit, ja. Also wie gesagt, aus meiner Sicht war das so, hä, Alter, hier verrecken die Leute gerade irgendwie im OP. Und die Doktoren und die Chirurgen, die tanzen auf dem Dach, was soll denn das sein so? Ja. Aber es ist natürlich in dieser schweren Corona-Zeit so richtig schön, wenn man einfach kollektiv die Leute was zusammen machen sieht. Wenn es auch nur tanzen ist zu so einem Song. Und es taten die auch während der Pause oder die gerade keine Schicht hatten, haben es halt vor ihre Schicht und nach ihrer Schicht aufgenommen. Und Verwaltungsangestellte, die ja eh Zeit haben, die jetzt kein Leben retten müssen. Es ist alles nicht das, wonach es aussieht. Naja, du, Tino. Das sind aber sehr, sehr viele Verwaltungsangestellte gleichzeitig gewesen. In weißen Kitteln, ja. Ja, ich weiß. Ja. Jedenfalls haben die gedanzt auf Video und um so ein bisschen tolle Stimmungen zu verbreiten. Und jetzt kam Wanda Music und hat gesagt, wir wollen Geld haben und wollen jetzt Lizenzgeld von den ganzen Krankenhäusern und Initiativen haben. Und das ist natürlich für einige sehr asozial. Das verkörpert für mich eins zu eins das, was so richtig Dreck ist an diesem Drecks-Urheber-Rechts-Scheiß im Internet, der gerade seit Jahren durch Artikel 17 und so, fick Artikel 17, heiß diskutiert wird. Das verkörpert so richtig, weißt du, da sind einfach Leute, die wollen eine gute Zeit haben, denen ist alles scheißegal. Der Artist, Alter, das kannst du vergessen. Der Künstler hat nicht ein bisschen Negatives von diesem Hype gehabt. Ja, okay, der hat vielleicht nicht so viel Geld bekommen, wie er bekommen hätte. Hätte er für jeden Upload sehr viel Geld bekommen, ja. Ja, aber der ist ja durch diese, der war ja relativ unbekannt und ist durch diese Challenge durch die Decke gegangen. Der hat jetzt sein Leben lang ausgesorgt, weil Leute zu seinem Song getanzt haben. Und jetzt, und das hat ja auch nichts mit dem Künstler an sich zu tun, jetzt kommt Wanda Music, nachdem die Jahre jetzt, also es geht ja schon über ein Jahr, soweit ich das mitbekommen habe, das Original, irgendwie in Afrika, wo so fünf Leute irgendwie mit Nudeltellern tanzen, das ist, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr gewesen. Die haben seit Jahren, sage ich jetzt übertrieben, aber es ist so, Geld bekommen durch die Videos, weil ja Werbung auf den Videos läuft und Warner Music ja diese Songs claimt und dann mindestens Anteile von der Werbung bekommt. Also haben die schon arschvoll Geld bekommen, wirklich millionenfache Aufrufe. Und jetzt kommen sie an und verklagen diese Leute, weil die keine Nutzungslizenzen haben. Was ja auf dem Papier vermutlich richtig ist, aber es ist so eine hässliche Arschlochfunktion dieses ganzen Systems. Es ist so reudig und auch es ist Arschloch von den Leuten, das zu machen, weil sie müssen es ja nicht machen so. Ja, ich finde schon, dass sie das Recht haben sollten, das zu tun prinzipiell. Also ich finde Urheberrecht ja auch sehr wichtig, aber gerade in so einer schwierigen Zeit und wenn ihr schon viel Geld durch diesen Song geflossen ist, kann man ja auch mal sagen, gut, komm, es war eine erfolgreiche Single, wir konnten den Künstler aufbauen, es war für uns eine kostenlose Promoaktion für den Künstler, lasst stecken, Leute. So, das finde ich ja völlig in Ordnung. Ja, vor allem, wenn es irgendwie ein Trend gewesen wäre, so, haha, wir machen irgendwie Sexbewegungen dazu, irgendwas Verruchtes, wo man sagt, okay, da will man vielleicht nicht mit assoziiert werden. Aber es ist fucking, wir tanzen im Krankenhaus, Feuerwehr, Polizei, wir helfen den Leuten, wir wollen, dass ihr eine gute Zeit habt, wir sind für euch da, verzagt nicht, die Pandemie ist bald vorbei. So dieses Feeling und denen jetzt so richtig schön die Faust in den Arsch zu stecken, Alter, das ist so eine hässliche Scheiße. Ja, daran siehst du aber auch, dass es gerade auch der Musikindustrie offenbar sehr schlecht gehen muss, wenn sie solche Sachen einklagen müssen und alle versuchen gerade irgendwie ihren Arsch zu retten. Ich finde es trotzdem asozial, keine Frage, ich hätte es auch eher gelassen, aber leider haben sie das Recht dazu. Und prinzipiell, wie gesagt, finde ich das Recht auch ganz gut und deswegen kann man da wenig dagegen sagen, also außer zu sagen, ich hätte es nicht gemacht. Also Piff hat noch dazu geschrieben, NRW zahlt einfach. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau aussieht, ob da, also das sind ja staatliche Krankenhäuser, das heißt im Endeffekt, also nicht alle, aber wenn das staatliche Krankenhäuser und Feuerwehr und sowas ist, dann zahlt ja quasi das Steuergeld das. Äh, ja, schon, stimmt. So, und da sagt er nämlich, unser Steuergeld, das man jetzt einem Riesenverein gibt, der eh genug Geld hat. Also ich glaube, klar, die können gerade keine Konzerte und so spielen, aber ich glaube, das schadet, wenn dann den Künstlern und nicht den Musiklabels. Ich glaube, die Roadies und alle, die leiden darunter, aber Musikstreams und sowas und Musikdownload und bla, das passiert ja alles trotzdem noch. Und wenn das dann letztendlich in vielen Fällen von Steuergeld bezahlt wird, dann ist das, Alter, das, ach, da, naja, gutes Thema auf jeden Fall. Ich habe auch die Tage ein Interview gelesen von Peter Heppner, der hat diese Band gehabt, Wolfsheim, und der wurde auch angesprochen darauf, dass Songs von ihm auch von der AfD benutzt worden sind bei Wahlkampfaktionen. Da meinte er eben auch, er hat nichts dagegen unternommen, weil wenn ein Song erstmal draußen ist, kann man es eh nicht mehr kontrollieren und solange die AfD GEMA zahlt, dürfen sie spielen, was sie wollen. Und es werfen ihm aber viele Fans auch vor, dass er nur Ausflüchte sucht und man denkt sogar von ihm, dass er auch eine rechte Gesinnung haben könnte, weil ja andere Künstler wie die Ärzte, Matzen und so gingen ja auch gegen rechte Parteien vor, die ihre Songs genutzt haben. Aber Peter Heppner hat es einfach passieren lassen, so, hat es einfach heppen lassen. Und das ist halt, ja, finde ich schwierig. Er hat sich auch geäußert und sagte irgendwie, ja, ich muss ja die Meinung nicht vertreten, die Herr Höcke da hat, aber ich muss mich als Künstler auch nicht positionieren. Das finde ich halt sehr schade, dass er es halt nicht macht, dass er nicht mehr konkret sagt, irgendwie, ich finde die AfD scheiße, aber nutzen können sie es halt, wenn sie Geld dafür zahlen. Hätte er ja ruhig mal sagen können. Aber er hat das stehen lassen. Was ist das für eine dubiose Gestalt? Wie heißt er? Peter Heppner, der hat auch gesungen, Wann kommt die Flut mit Joachim Witt oder Es gibt keinen Weg zurück, so ein großer Hit mit Wolfsheim. Kenne ich nicht, kenne ich nicht, sehr geil. Okay, also das ist, ich weiß nicht. Also ich mag ihn ganz gerne. 53. Es sind sehr simple Texte. 53 ist wahrscheinlich kein Boomer, aber ich kann mir halt vorstellen, pass mal auf, Tino, weißt du. Ich pass auch. Für so Leute, ja. Ich weiß, du bist da in deiner linken Bubble drin, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass für so Leute ist das halt noch nach wie vor so ein bisschen, ja, die AfD, ne, die, ja, das sind jetzt hier, das sind halt so Volksparteileute und so. Also ohne, dass er das irgendwie böse meint, sondern, also ich vermute jetzt nur, ne, ist mir eigentlich auch scheißegal, der Typ. Ich sag nur, dass es da draußen wahrscheinlich viele Leute gibt, die die AfD nicht so auf dem Schirm haben als, oh, die haben aber echt sehr zweifelhafte Aussagen und Gedanken und Parteimitglieder und so, sondern, ja, die AfD, das sind halt diese, diese komischen Leute da, die irgendwie gegen Euro sind, vermute ich jetzt. Ja, der ist, der ist doch ein sehr reflektierter Künstler, so, der hat eigentlich Ahnung, der ist klug und so. Und da finde ich das eine sehr einfache Ausrede zu sagen, er ist halt schon etwas älter und rafft das nicht ganz. Er rafft das, glaube ich, ganz genau. Ja, okay, kann, kann genauso sein, definitiv. Das Geile ist, mir ist der Typ ja auch scheißegal, ich will den Euro überhaupt nicht in Schutz nehmen. Ich glaube nur, dass es trotzdem sehr viele von solchen Leuten gibt und halte es dem einfach für eine Möglichkeit. Ich halte es natürlich auch für eine Möglichkeit, dass er, dass er jedem fucking Geld gerne die Hand öffnet, ja. Definitiv. Das ist die andere Seite, ja. Das ist die andere Seite, dass er halt auch das Geld gebrochen kann, wenn die AfD GEMA zahlt und die haben ja auch ihre großen Demos und Parteitage. Wenn da so ein Song von ihm läuft, so, wie sind wir oder so. Alleine, dass ich noch nie von dem gehört habe, zeigt eigentlich, dass er dieses Geld braucht. Ja, doch im Radio bestimmt, hast du ihn mal gehört. Ach, ich und Radio, Alter. Wenn man mal irgendwo sitzt, im Bus oder im Auto, dann läuft ja auch mal Radio. Seit wann sitzt wir denn das letzte Jahr mal irgendwo, Tino? Man sitzt doch nirgends außer zu Hause. Ja, das stimmt. Aber er ist ja auch schon sehr alt. Er hat auch schon vor zehn Jahren Songs gemacht, die man kannte. Kann ja sein. Wer auch vor zehn Jahren Songs machte, die man mal kannte, ist unser Leitthema der Woche. Das ist das größte Thema überhaupt, Tino. Hast du es mitbekommen? Oh, scheiße. Ähm, der Wendler. Nein, schlimmer. Es gibt eine Scheidung, Tino. Es gibt eine Scheidung. Ähm, ähm, ähm. Es ist fast so schlimm wie Brangelina, Alter. Fällt dir irgendjemand ein? Nein. Fällt dir ein sehr bekanntes Pärchen ein, was sich jetzt trennen könnte? Ähm, Heidi Klum und Tom Kaulitz. Nein. Es sind Kanye West und Kim Kardashian, Alter. Sie trennen sich. Kim hat die Scheidung eingereicht. Scheiße. Dabei hat die doch so einen großen Hintern. Ja, das habe ich nicht mitbekommen, aber ist mir auch völlig egal. Kannst du das nachvollziehen? Kannst du das nachvollziehen? Hallo? Ja, klar kann ich nachvollziehen, sich von Kanye West zu trennen. Der ist auch ein großer Vollidiot. Das ist halt so ein geiler Typ. Hallo, der ist fast Präsident gewesen. Das ist ein Alpha-Mail. Er hat doch, glaube ich, auch... Der hat das Leben verstanden. Wie viele Stimmen waren es, die er bekommen hat? Auch was bei 3.000 oder so zur Wahl? Nee, ich glaube, es waren schon über 10.000. Aber guck doch mal, wie geil. Oh, 10.000. Wie geil dieser Typ ist, Mann. Ja. Hast du den mal reden gehört, wie intelligent er ist? Der spricht nur kluge Sachen aus, der Mann, ja, auf jeden Fall. Mir fällt gerade keins ein, aber... Also, die Promi-Welt steht still, ja. Die Tränen fließen in Bächen dahin. Kanye West und Kim Kardashian. Das Traumpaar. Was soll denn jetzt aus dieser Familie werden? Jetzt sind beide wieder Single. Jetzt können sie doch... Welche, weiß ich nicht, Fans haben jetzt Chance, sich Kanye West und, äh, wie heißt die andere? Kim. Kim Kardashian sich zu schnappen. Geil. Das ist doch toll für die Fans. Ich freue mich für die beiden. Ach, du Scheiße, Alter. Ich gratuliere zur Scheidung von Kanye West. Ich sehe hier gerade, wie seine Kinder heißen. Wie kann man... Guck doch mal, denk doch mal einer an die Kinder. Das Leuchten in den Kinderaugen, das erlischt. Das Leuchten in den Augen von North West, Psalm West, St. West und Chicago West. Und Go West. Das erlischt. Das erlischt gerade, die armen Kinder. Oh. Die heißen alle West. Die Kinder. Ja. Okay. Also, auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Wir werden auf jeden Fall hier im Brennpunkt Updates geben, ja. Vielleicht gibt es ja ein Happy End. Vielleicht finden sie wieder zueinander. Das habe ich ja gar nicht gelesen, dass sie sich scheiden lassen. Also, auch meiner Bubble, die ich hier habe, ist das nicht aufgekommen. Hm. Voll schade. Jemand anderes hat sich auch scheiden lassen. Vom Leben. Oh nein. Rush Limbo. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den jemals hier erwähnt habe, aber der gehört auch zu dieser elitären Trump-Anhänger-Spinner-Mannschaft. Was für Rush Limbo? Rush Limbo hat ganz viele Jahre eine Radioshow gehabt und da, schlimmer als Fox News, Falschwahrheiten, Falschwahrheiten, Alter, auch ein richtig guter Neologismus, Falschaussagen und, ja, Propaganda und Hetze, muss man sagen, verteilt. Und unter anderem hat er gesagt, dass Rauchen gesund ist. Ah ja, so wie er aussah. Und, Tino, also ich weiß ja nicht, ich freue mich nie am Tod von Menschen. Aber. Aber ich kann nicht umhin, eine gewisse Ironie darin zu sehen, dass dieser Mensch jetzt an Lungenkrebs verstorben ist. Google mal nach Bildern von dem. Der hat so ein Gerät am Kopf. Der hat so eine Art Hörgerät. So eine Art Hörgerät und so ein Knopf am Kopf. Ja. Was ist das denn? Ein Hörgerät. Echt? Sehen die so groß aus? Ja. Ich dachte immer, die sind so ganz klein inzwischen, dass man die nur noch in die Ohren steckt. Ja, es gibt ja verschiedene. Also meine Oma zum Beispiel hatte auch so ein Ding. Aber jedes Mal, wenn ich rede, macht die einfach, ah, warte mal, warte mal. Und dann muss er halt da dran rumregulieren. Das ist wahrscheinlich jetzt eins, was sich reiche Leute leisten können. Was dann halt, wo du dann perfektes Hören ermöglicht bekommst oder so. Und wusste man von... Vielleicht ist er auch einfach ein Cyborg. Wusste man von Limbo, dass er krank ist? Oder war das jetzt so plötzlich? Ja, das wusste man schon eine Weile. Aber er hat weiter durchgehalten. Ich glaube, der hat wirklich bis in die letzten Tage seine scheiß Radiosendung weitergemacht. Und ich will es hier einfach nur noch mal erwähnen. So ein kleiner Nachruf. Weil der ist wirklich... Das ist wirklich eine der miesesten Socken überhaupt gewesen. Also wenn man sich da mal reinliest, gegen wen der alles gehetzt hat und Scheiße erzählt hat. Und ganz, ganz finster. Ja, hier habe ich einen Satz gefunden bei Wikipedia. Aufgrund seiner Äußerungen zu Rassismus, LGBTQ-Angelegenheiten und Feminismus und weiteren Themen war er stark umstritten. Zudem leugnete er den Klimawandel. Cooler Typ. Ja, halt nur so. Es war wirklich ein bunter Mix, sage ich mal. Der ist jetzt in den Nekrolog eingetreten. Und ja, ist halt wie es ist. Was macht man da? Weißt du, man kann... Ich will jetzt hier in meiner großen Verantwortung, in meiner Strahlwirkung mit unseren Zuschauern hier nicht sagen, Klepp, Klepp. Ja, aber ganz ehrlich. Nein, man kann ja sagen, es ist traurig um den Menschen. So, wenn Menschen sterben, ist es immer irgendwie traurig wegen der Familie. Nein, nein, nein. Pass auf. Meine Gedanken sind bei der Familie. Genau, das reicht aus. Das kann man nämlich sagen. Das reicht als Statement völlig aus. Die arme Familie. Alter, er hat... Oh Gott, Alter. 2017 hat er einen rassistischen Parodie-Song veröffentlicht. Barak the Magic Negro. Ach du Scheiße. Das ist alles, alles sehr, sehr gut. When a gay person turns his back on you, it is anything but an insult. It's an invitation. Es ist weniger schade um seine Äußerungen und um seine tollen Songs, die er gemacht hat. Die hätte man nicht gebraucht. Deswegen würde ich sagen, haken wir diesen Menschen ab. Der kriegt schon genug Aufmerksamkeit, denke ich mal. Durch seinen Lungenkrebs. Schön. Habe ich wenigstens mal erwähnt. Was auch wenig zeitgemäß ist, ist der Vulkanausbruch von Ätna. Oha. Immer wenn ich lese, dass Vulkanausbruch, denke ich mir, Alter, warum werden die nicht mehr... Es ist das 21. Jahrhundert, warum gibt es das noch? Die können sie abschaffen, wenn du mich fragst. Die sind völlig sinnlos. Das willst du mit Vulkanausbruch? Das ist an mir vorbeigegangen. Echt? Da werde ich jetzt auf jeden Fall mal kurz Tiefenrecherche betreiben. Das sind ja interessante Bilder, die sich hier auftun. Vulkan Ätna spuckt mit Lava. In meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, sagt ein Augenzeuge. Echt, ja? Ich dachte, ach nee, war das der Vesuv, oder? War das der Vesuv, der ab und zu mal irgendwie... Der Vesuv, ich glaube auch der ist ausgebrochen, ja, gelegentlich. Aber aktuell ist der... Kam auf jeden Fall schon mal vor. Aber aktuell ist der Ätna auf Sizilien, gerade der Hauptvulkan. Ja. Es gab doch einen mit einem ganz furchtbaren Namen, so einem Vulkan, der vor einigen Jahren mal ausbrach. Den keiner aussprechen konnte. Ist das der Röntgner-Krunkra auf Island? Ja, genau. Irgendwie sowas, so... Tünanok, irgendwas. Tünanok, ja, genau. Weißt du, was da rausgeflogen kam? Die Mystic Knights kam da rausgeflogen aus dem Mütter. So eine geile Serie, ohne Spaß. Geil. Das ist der einzig richtig gute Song von der Kelly Family. Der beste von denen auf jeden Fall, ja. Geil. Haben wir ja auch nochmal die Kelly Family hier reingeproduct placed. So wie letzte Woche, glaube ich, auch. Ich habe den Namen gefunden. Ayafialalayukulul. Oder so. Ayaf... Ach, keine Ahnung. Ganz schwer. Gesundheit. Danke. Jedenfalls. Was auch schwer ist... Also, nee, du kannst... Ich wollte gerade schon überleiten. Mach nur, mach nur. Ich bin... Nee, mach die Überleitung kaputt. Nee, ich höre Jules schon weinen. Ist okay. Nee, brech du ruhig aus. Okay, ich breche aus. Also, was für mich auch schwer ist, ist nachzuvollziehen, was diese Woche mit fucking Lidl los war. Was ist das denn? Bei Lidl. Also, in was für einer Scheißzeit leben wir denn? Selbst irgendwelche Attentäter keinen Anspruch mehr haben und irgendwie nie... Lidl ins Visier nehmen. Ach, doch, doch. Da gab es doch so ein Paket, ähm... Briefexplosion. Ja, genau. Eine Briefbombe irgendwie gab es wohl mit... In München. Drei Verletzten, glaube ich. Eine schwer davon. Nee, war da auch in München. Ja. Also, das ist... Lidl. Was will der denn mit Lidl? Ich kann es... Hätte der nicht mal bei Warner Music Germany? Nein, lieber nicht. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ähm, als meine Family, ähm, wegen, äh, wegen Corona im Bett lag und ich raus durften, waren wir ja auch einkaufen für sie. Und, äh, bei Lidl war das bei denen so, ähm, ihr Lieblingsladen ist. Und der ist so scheiße sortiert. Wir haben nichts gefunden. Ohne Spaß. Also, die hatten kein Konzept, da lagen alle Sachen völlig verstreut und die Menschen wussten auch nicht, wo was liegt. Da haben uns schon die Kunden teilweise geholfen. Ja, das gibt es ja gar nicht oder ich habe es auch schon gesucht und so. Wir haben den halben Laden beschäftigt mit irgendwelchen Sachen, die wir gesucht haben. Deswegen, ähm, Lidl ist schon... Also, würde ich... Wäre ich wütend auf eine Lebensmittel, ähm, Discounterkette, wäre ich auf Lidl am sauersten. Aber nicht, um einen Einschlag zu begehen, das will ich auch nochmal betonen. Ich würde keinen Einschlag begehen, aber, ähm, ich wäre sehr... Ich war sehr wütend. Okay. Das dazu. Ich bin ja gerade noch auf ntv.de, ja? Ja. Und lese hier gerade die Überschrift, nach zwei detonierten Bomben in der Lebensmittelbranche können Ermittler eine dritte Explosion in München gerade noch rechtzeitig verhindern, indem sie ein verdächtiges Paket abfangen. Und jetzt kommt der Satz, Experten sehen einen Zusammenhang zwischen den Fällen. Nein. Was? Applaus an die Experten. Also, an diesem Fall möchte ich bitte auch Experte sein und dafür bezahlt werden, da Zusammenhänge zu sehen. Aber ich sehe gerade, nicht nur Lidl ist betroffen, auch HIP, die Babybrei-Marke, und Capri-Sonne. Also Capri-San heißen die ja inzwischen. Ja, also für die Namensänderung haben die auf jeden Fall jede Briefbombe verdient. Also, übertragen gemeint, ja. Übertragen, metaphorisch. Also, im maximalen Brief, wo drauf steht Bombe. Nee, auch nicht. Das ist doch so deutsch, oder? Dass Anschläge auf Lidl und Capri-San gemacht werden. Und auf HIP. Was sind das für Ziele, mal ganz ehrlich. Also, HIP, das finde ich gemein. Das finde ich gemein. Nur weil der Baby es zu Brei verarbeitet, das finde ich wirklich gemein. Der steht doch dafür mit seinem Namen, dass er gute Qualität hat. Aber war nicht HIP auch so eine rechte Marke? Ich habe mal irgendwas gelesen, dass der Gründer wohl auch irgendwie rechts gewesen sein soll. Ich google das mal. Tino, ey, alles, was nicht aus deinem Waldorf Alnatura kommt, ist für dich doch rechte Marke. Das ist auch. Nächstes was? Ja. Also, diese Briefbombe in den schmalen Briefschlitz reinzubekommen, da hat ja jemand The Lidl gethreaded. Ja, auch die Bomben werden ja immer kleiner wahrscheinlich. Man kann ja inzwischen wahrscheinlich auch so Mini-Bomben bauen. Nicht mal wie früher, die in Paketen verschickt worden sind. Jetzt reicht schon so ein Briefumschlag aus. Ja, früher als er als Handy so eine halbe Telefonzelle dabei hatte und die Bomben noch so ein Auto waren. Oder Stoffwerk mit seiner großen Tasche. Ja. Good Times, Alter, Good Times. Wer weniger Good Times hat, ist Texas. Oh ja, das war richtig traurig, dass du mir geschickt wär bei Telegram. Ja, aber ich muss sagen, dieses eine, das erste Video, das war ja so ein Thread, wo irgendwie zehn solche Videos waren, was gerade in Texas abgeht. Das hat für mich gewirkt wie ein Comedy-Skid, Alter. Das war irgendwie vom Timing her und wie sie spricht. Was ist denn los in Texas? Texas ist in republikanischer Hand und der Gouverneur und die Senatoren, die sind halt auch so Klimawandelleugner und so. Das hat nur bedingt hiermit zu tun. Aber die Sache ist einfach, dass jahrelang die Leute gewarnt haben und gesagt, ey, wenn mal eine Kältewelle kommen sollte in Texas, unsere Infrastruktur, unsere Autoreifen, unsere Rohre, die sind alle nicht darauf ausgelegt. Und es war halt immer so, ja, nee, wird schon nicht passieren, alles gut und wenn es kommt, dann handeln wir halt danach. Also man hätte halt das verhindern können. Was ist passiert? Ähnlich wie auch in Weimar kam plötzlich eine ultra krasse Kältewelle. Ich glaube so minus 20 Grad teilweise. Und Eis, Schnee und Kälte. Natürlich, wie zu erwarten, ist Texas, der Sonnenstart, nicht darauf ausgelegt, eine solche Kälte zu bändigen. Das heißt, die Leute sitzen in ihren privaten Wohnungen. Auf einmal merken sie, huch, es wird ja etwas kalt. Naja gut, was passiert? Die fucking Rohre brechen, explodieren, weil alles einfrostet. Die Decken brechen zusammen. Es sind Bilder wie von der Titanic, dass du draußen im Flur von einem Hochhaus plötzlich die Treppen runterwärts fluten von Wasserballern. Dann gibt es ein Video, wo irgendwie ein ganzes Parkhaus komplett leer ist. Ein einziges Auto steht da und exakt über diesem Auto ist eine Leitung explodiert. Und es ist wirklich, also dieses ganze Auto ist eingefrostet, weil das Wasser auf das Auto im Rauslaufen gefroren ist. Sieht völlig absurd aus. Und was macht unser allseits bekannter und beliebter Senator von Texas, Ted Cruz? Er macht einen Wochenendtrip nach Mexiko. Wird dabei erwischt und sagt dann, äh, ja, also meine Töchter wollten unbedingt einen Ausflug machen. Man muss dazu sagen, Millionen Leute haben keinen Strom und Wasser. Und tatsächlich hatte auch Ted Cruz keinen Strom, der Arme. Also natürlich in den Süden, wo es schön warm ist. Und er hat es dann auf seine Töchter geschoben und hat gesagt, ja, die wollten unbedingt einen Ausflug machen. Und deswegen hatte ich jetzt mir gedacht, ich fliege die mit dem Flugzeug nach Mexiko, gucke, dass die da gut ankommen und fliege dann wieder zurück. Ach ja, klar. Dann kamen aber seine Tickets raus, weil die irgendwie aus so einem internen Gruppenchat veröffentlicht wurden. Und dann war zu sehen, dass er ursprünglich geplant hat, drei oder vier Tage zu bleiben. Also ein verlängertes Wochenende. Er hat es gelogen. Und dann hat er gesagt, dann hat er plötzlich gesagt, ähm, ja, also als ich da war, habe ich dann doch, äh, habe ich dann mir das überlegt. Ich muss unbedingt zurück den Leuten helfen. Also es ist wirklich, äh, Ted Cruz ist ja auch so ein, so ein Präsidentschaftsanwerber gewesen. Das ist der Kollege, der, äh, ursprünglich ultra hart gegen Trump gehatet hat. Und Trump hat, äh, seine Frau beleidigt, seine Familie ihn beleidigt, ja. Und jetzt aber, als Ted Cruz gesehen hat, dass Trump erfolgreich ist und man über ihn an Macht kommen kann, ist er ihm so richtig schön in den Arsch gekrochen. Das heißt, er hat so lange gelogen, äh, von wegen, er will ja zurückreisen am nächsten Tag, bis man es ihm nachweisen konnte, dass es nicht stimmt. Genau. Und es waren natürlich die bösen Töchter, die, äh, die wollten. Er wurde halt auch fotografiert mit so zwei so riesigen, riesigen Taschen für, für nur mal hin und zurück fliegen. Das ist halt alles dumm. Er braucht halt ganz viele Tabletten wahrscheinlich. Ja, die passen nur in diese ganzen Koffereien. Kommut nicht. Ja, und, äh, das Schlimmste ist halt, der wird einfach wiedergewählt. Er wird einfach wiedergewählt, weil das hat nie Konsequenzen. Also gut, in dem Fall weiß ich nicht, wenn Texas wirklich so großflächig, äh, betroffen ist und die Leute übelst abkacken. Also wirklich, die haben kein Essen. Es gab ein Foto, es war irgendwie, ich glaube ein Dominos, war einer der einzigen Läden, die öffnen konnten. Innerhalb von vier Stunden war der komplett leer gekauft. Es gab einfach nichts mehr. Zwei Leute sitzen, also zwei Mitarbeiter, einfach übelst erschöpft. Die Leute haben wirklich Hungersnot. Es ist wirklich ein fucking dritte Weltland, Texas. Und, äh, irgendwie einen Monat vorher, ich weiß nicht genau, was war Sedition irgendwie, Aufruhr oder sowas. Sedition ist auch so ein, Sedition, Sedition Deutsch, warte. Oh, come on, Sedition auf, seid ihr hässlich? Warum denn japanisch? Aufruhr oder irgendwie sich, ich glaube das ist wie, ähm, Katalonien oder sowas, dass man sich so durch, Aggregation, alter, fuck you. Fuck you, warum japanisch? Warst du mal in Japan, kann das sein? Ich war mal in Japan, ja. Ihr seht gerade live, wie ich dabei scheitere, den Google-Übersetzer. Ich will nur mal anmerken, dass es Gouverneure gab in der Geschichte und Präsidenten. Aufruhr. Und, und, und Kanzler, die sind, oder andere Präsidenten, die während irgendwelcher Katastrophen zurück in ihre Heimat geflogen sind, um zu unterstützen. Und er haut einfach mal ab. Ja, also Sedition ist Aufruhr. Ich weiß nicht, es ging einfach nur kurz, äh, darum, dass vor einem Monat oder vor wenigen Tagen, Wochen, ähm, äh, Texas noch meint, dass sie sich gegen, gegen die, das, ähm, gegen das Federal, Federal Government aufzulehnen. Und jetzt aber, äh, bitte helft uns, bitte helft uns, bitte helft uns, bitte helft uns. Es ist so dumm. Ähm, also Texas war halt dann auch so, weil republikanische Hand und so, äh, ohne Trump, ohne mich quasi. Ja, ja. Und, äh, ja, jetzt kam halt die, die kälteste, Kältewelle seit 72 Jahren. Und dann heißt es auf einmal, ey, ey, der Gouverneur von Texas hat übrigens grüner Energie die Schuld gegeben. Ist dann zurückgerudert, als es irgendwie, äh, gesagt wurde, bist du bescheuert, was hat denn bitte grüne Energie damit zu tun? Ähm, und dann meinte er, äh, ich, ich meinte, dass wir in, in Texas zum Glück nicht nur auf grüne Energie angewiesen sind. Oh, weißt du, das ist, das sind alle richtig dumm. Das ist genau, genau das, was, was so linke Kräfte seit Jahrzehnten schon bemängeln, dass konservative und rechte Regierungen einfach es nicht geschissen kriegen, mit der Zeit zu gehen und mal Themen anzupacken, die wichtig sind, ja. Ja, die wollen immer bei allem bleiben, was bisher so gewesen ist, weil es sich bewährt hat, aber, ähm, die scheißen halt auf alle Warnungen, weil sich ja auch die Welt verändert, ja, das Klima sich verändert und Situationen sich verändern. Und konservative und rechte Regierungen bleiben immer bei allem, wollen nur Grenzen zumachen und wollen noch härter durchgreifen bei irgendwelchen Sachen, aber nicht bei den Sachen, wo es wichtig ist. Die, die haben Angst vor Flüchtlingen, die haben Angst vor, vor Veganern und so, aber dass es reale Gefahren gibt, wie Naturkatastrophen und so weiter und, und das raffen die halt nicht. Ja. Oh Mann, also ich kann, kann nur den Leuten, äh, die sensationsgeil sind, so ein paar Compilations empfehlen. Das ist schon echt hart. Das Video, was ich übrigens am Anfang angesprochen habe, was ich Dino geschickt habe, das ist so ein Mädel, die, die weint, aber, äh, ich weiß nicht. So, hey guys! Das klingt halt, ich weiß, es tut mir leid, aber es klingt einfach wie fucking Comedy. Hey guys, so this is my house now. Und dann flippt sie halt die Kamera nach außen und über ihrem Bett ist einfach ein Loch in der Decke, wo es draus regnet. Das war richtig eklig, ja. Es ist also, es ist wirklich absurd. Und dann dreht sie wieder zurück, I don't know, und, äh, ey, sorry, ey, es ist so ein gutes Comedy-Timing. Leider ja. Also ich meine, ja Leute, guckt mal, das ist mein Haus und dann ist da ein Loch drin, also das ist halt schon so aufgebaut wie, weißt du, so Aufbau und Pantschlein. Das ganze Zimmer unter Wasser und so, das war schon sehr sad. Das Video. Ja, definitiv. Vergesst nicht zu liken und zu subscriben und, äh, bis zum nächsten Mal. Also, viel Glück Texas beim Bewältigen dessen. Die haben halt in Texas nicht mal irgendwie Schneefahrzeuge oder sowas. Die haben einfach nichts. Das ist echt fast so schlimm wie in der Weimar gewesen. Ich würde fast schon sagen, dass Texas eine vierte Welt ist. Ja. Definitiv. Äh, vierte Welt ist vor allem in Myanmar. In wo? Myanmar. Oh, also, das ist, das ist, ich habe gerade, das war gerade live, war das hier, ähm, war das Satire. Ich habe gerade den geneigten Zuhörer verkörpert, wenn man Myanmar hört, dieses Land am Arsch der Welt, was keinen interessiert, wo jetzt Polizisten mit scharfer Munition auf Demonstranten geschossen haben. Ach, das, ja. Und, ja, weil, äh, da gab es ja auch diese, diesen, diesen Putsch. Da hatten wir ja Bericht, ich glaube, vor zwei Wochen, als dieses nette Mädel davor getanzt hat, vor, vor dem Putsch. Genau, und, ähm, ja, da, da wird halt einfach mit, mit scharfer Munition auf Zivilisten, äh, geschossen. Jetzt lese ich auch gerade, dass wohl eine, eine Schlüsselfigur, eine Symbolfigur wohl erschossen worden ist, der Proteste. Eine zweitsichjährige Frau. Gut, gut, möglich. Und in dem Zuge, ich weiß nicht warum, aber in dem Artikel war irgendwas anderes, äh, verlinkt. Und da habe ich ein Video gesehen, dass Polizisten in Beverly Hills Beatles spielen, also Copyright-Musik, um bei Instagram den Copyright-Filter zu triggern, damit, wenn Leute live streamen, das abgebrochen wird wegen Urheberrechtsverletzungen. Ach, wie lustig. Das ist irgendwie auch lustig. Also es ist sehr böse, aber auch irgendwie lustig, die Idee. Das ist, das ist ganz lustig, das ist kreativ, aber das zeigt nur ein weiteres Mal, warum diese hässliche Urheberrechtsverletzungsscheiße mal irgendwie sinnvoll, äh, geändert werden muss. Ja, gut. Und zwar exakt im Gegenteil von Artikel 17. Ja, das stimmt, das ist ein Argument dagegen, aber das war ja nicht im Sinne der Erfinder. Ich glaube nicht, dass, äh, dass die Upload-Filterleute wollten, dass, ähm, schwierige Regierungen, ähm, Copyright-Musik spielen, damit nicht mehr gelivestreamt wird. Aber ja, es stimmt, es kann dazu missbraucht werden und wird es ja offenbar auch in Myanmar. Ich finde das, na, das ist in Beverly Hills, aber kann sein, dass das in Myanmar, äh, auch passiert, weiß ich nicht. Aber, ähm, trotzdem, also das, das, äh, wo führt das denn hin? Da kannst du in der Disco nicht mehr Livestream oder eine Story machen, kleine Soundbits, das ist alles dumm. Das ist alles scheiße, ich hasse das. Ich dachte, so kurze Ausschnitte, so 15 Sekunden, das wäre möglich. Ja, vermutlich ist es möglich, aber trotzdem, das ist so dumm, es ist so dumm. Du machst einen Livestream, läufst irgendwo an einem Laden vorbei, da läuft 20 Sekunden ein Song, zack, dein Livestream dauern. Was ist das für eine Scheiße? Ja, ich finde auch, wenn so ein, ein, ein Werk, ein Video oder Livestream das eigentliche Produkt nicht ersetzen kann, dann soll das nicht verboten sein, weißt du? Also, wenn ich jetzt irgendwie durch die Stadt laufe, mache einen Livestream und irgendwo läuft im Hintergrund, äh, weit entfernt, oder es fährt ein Auto vorbei, wo gerade ein Song läuft. Es ist ja keine Copyright-Verletzung in dem Sinne, ja, weil das den Song ja nicht ersetzen kann. Du willst ja mit Copyright-Verletzungen, äh, vorbeugen, dass die Songs geklaut werden, runtergeladen werden. Aber das werden sie ja nicht, wenn es mal ganz kurz angestimmt wird. Man könnte ja auch statt einem, ich brech den, den Dings ab, einfach irgendwie einen, äh, nicht rekonstruierbaren, äh, also nicht rückwärts rekonstruierbaren, äh, Soundfilter drüberlegen, weißt du? Also, dass nicht einfach die Stimme gepitcht wird, sondern der Sound so verändert wird, dass du es nicht rückwirkend wieder normal machen kannst. Gibt's garantiert. Und dann kannst du halt weiter streamen, man hört, was du sagst, so, aber man hat halt nicht diesen Original-Song so. Das, das wäre vielleicht eine Variante, wo ich sage, okay, fine with me, so, fuck off. Aber, also, so irgendwie den, den Livestream direkt down nehmen, das ist alles hässlich. Das ist halt, da ist so eine richtig hässliche Industrie dahinter. Stell dir mal vor, Alter, wenn du, äh, du machst ein Foto vor der Mona Lisa und das wird dann runtergenommen, weil Urheberrecht. Das ist doch dumm. Ja, das, das wäre bescheuer, das stimmt. Naja. Ich glaube, ich, ich, ich bin gut in Rage. Ich habe diese Woche so viele, so viele, äh, Stand-Upper nochmal mir angeguckt, die aber auch, also die, die es, das so ein bisschen zum Theme haben, sich so richtig hart aufzuregen. Richtig geil. Also ich, ich kann an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal empfehlen, Louis C.K, bester Mann. Dann, ich glaube, an zweiter Stelle wahrscheinlich Bill Burr. An dritter Stelle vermutlich Patrice O'Neill und dann George Carlin, so ungefähr. Ah, ich glaube, irgendwo müsste auf jeden Fall auch noch, ähm, äh, Ricky Gervais hin. Alles sehr, sehr geile Leute, kann ich an dieser Stelle empfehlen. Ja, Louis C.K. jetzt menschlich, nicht unbedingt lupenrein. Alter Tino. Ja, aber als Künstler. Hast du dir das angeguckt, was ich dir da geschickt habe? Es ist so fucking gut. Ja, ich kenne das ja. Und er ist ja auch witzig und, äh, wird ja auch von vielen, äh, verehrt als Künstler. Aber ich, werfe den nicht in einen Topf mit Weinstein. Nein, nein. Der hat gefragt, darf ich vor dir masturbieren? Und die haben ja gesagt. Ja, von mir aus vielleicht, aber wenn er fragt. Sie haben sich's dann anders überlegt, ja. Und er hat auch gesagt, seine Lehre daraus ist, wenn er das nächste Mal vor jemandem masturbieren will, dann fragt er, bist du dir sicher? Oder sich es schriftlich geben lassen, keine Ahnung. Aber ist es auch, auch so bewiesen, dass sie erst zugesagt haben? Das ist bewiesen, ja. Okay, ja. Ja, gut. Deswegen, also das ist natürlich trotzdem ein Creep so, aber was weiß ich, Alter. Jeder Zweite hat irgendeinen Sexfetisch, wo man in der Öffentlichkeit sagen würde, oh Gott, oh Gott, was ist denn das für ein Lümmel so, weißt du? Aber es bleibt dir schon fraglich. Das ist halt jetzt, dass, ja. Louis C.K. ist ja auch eine, eine Machtposition, ja. Oder hat eine Machtposition inne. Und wenn er so zwei junge Mädchen da vor sich hat, die vielleicht Praktikantin sind oder irgendwas, die haben ja schon Respekt vor ihm oder auch eine gewisse Angst vor ihm. Und wenn er dann fragt, darf ich vor euch masturbieren? Dann werden die halt nicht sofort Nein sagen, aus Angst, dass er, dass sie Repressionen fürchten müssen, keine Ahnung. Das mag sein, also ich, das hat sich vielleicht auch jetzt zu sehr nach einer Verteidigung angehört, ne? Also das Ding ist, dass das so passiert ist, ist natürlich nicht cool. Richtig. Definitiv. Ich find's nur echt schwierig, den mit einem Weinstein oder so, mit einem echt harten, vollgewaltiger Typen in einen Topf zu werfen. Das ist halt echt dumm. Und auch der Kontext ist sehr wichtig, ja. Ob jetzt der, der Louis de Kais sich mit den beiden privat getroffen hat und die waren auf dem Hotelzimmer und es war eine sexuelle Stimmung irgendwie, da kann man ja über sowas sprechen. Aber das war ja, glaub ich, irgendwie in einem anderen Kontext. Ne, die waren schon in einem Hotelzimmer, alle drei. War das die, okay, ich dachte, es gab noch, oder war das Kevin Spacey, der irgendwie in... Ja, ja, hey, Kevin Spacey war auf jeden Fall was anderes. Ja, der hat wohl, ja, ja, genau. Kevin Spacey zum Beispiel, den kann man mit Weinstein gerne in den Topf werfen, ist mir egal, ist trotzdem ein guter Schauspieler, kann man nicht anders sagen. Aber, äh, was ich sagen wollte, ist auch, weil bei Louis C.K. halt so dieses Ding war, oh, der Creep, Alter, was der, was der für einen strangen Fetisch hat und so, der ja an sich, ja, übelst harmlos ist. Ja, es stimmt auch. Ja, wenn du das, wenn beide konsenten, what the fuck, dann lass den halt, irgendwie, der mag es halt zu masturbieren und dabei angeguckt zu werden, so. Ja. Aber, ja. Ist vergleichsweise harmlos. Ja, harmloser als irgendwelche minderjährigen Jungs zu vernaschen, Mr. Spacey. So ist es. Aber apropos masturbieren, ähm, die, es ist gerade der Nummer 1 Trend auf Twitter, onanieren gegen die AfD, denn die Jugendorganisation, die J-Alternative, ähm, die wollen, äh, das onanieren, naja, verbieten, weiß ich nicht, aber sie, sie wollen dagegen vorgehen, weil das wohl die, die Deutschen ablenken würde. Vom, weiß ich nicht, Land aufbauen und Kinder kriegen. Und da gab es wohl Zitate von einem Vorstand, der JA, der, der so zitiert wird, dass Masturbation heutzutage eine unnatürliche, ein unnatürliches Ausmaß angenommen hätte. Und da will man jetzt dagegen vorgehen. Hm. Es ist wie immer Projektion, Tino. Ich möchte wetten, es ist Projektion. Die Leute, die das in die Welt gerufen haben, sind diejenigen, die darunter leiden, dass sie zu viel masturbieren und von ihren eigentlichen Sachen abgelenkt werden. Es ist immer Projektion. Der schwulste Typ, äh, der sich nicht outen will, der, der ist derjenige, der irgendwie sagt, alle Schwulen sind schlecht. Wer war das neulich, was hat man? Es ist immer Projektion. Ja, und ich weiß nicht, also ob das wieder so ein Ding sein soll von wegen, wir brauchen Aufmerksamkeit. Aber es gibt doch auch irgendwo Grenzen. Ich meine, die müssen doch mal raffen, dass nicht alles, was sie in die Medien bringt, auch gut für sie ist. Also in meinen Augen sind AfD-Wähler Wichser. Und ich glaube, dass sie es nicht gut finden werden, dass sie nicht mehr onanieren dürfen. Vermutlich. Aber wir werden es letztendlich erst bei der Wahl sehen, Tino. Ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass man sagt, na, die AfD, die hat jetzt, die hat jetzt auch abgenommen. Das Ding ist vorbei. Aber, äh, wir gucken erst mal die Wahl ab. Also nicht, dass ich da irgendwie sage, yo, passt mal auf, ich habe da richtig Bock drauf oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Ding noch nicht durch ist. Naja, der Bernd will ja auch jetzt Ministerpräsident werden von Thüringen. Hat sich jetzt ins Spiel gebracht und will antreten, offenbar. Der Bernd kann mal richtig schön kacken gehen. Das stimmt. Das sollte er vielleicht öfter tun. Damit die Kacke aus seinem Arsch rauskommt, nicht aus seinem Kopf rauskommt. Aber es ist gar nicht mal, also ich weiß nicht. Klar hat die FDP jetzt hoffentlich draus gelernt, so aus dem Debakel letztes Jahr. Ähm, aber sollte die AfD doch so krass zulegen, wie es gerade aussieht, dann schrammt die AfD auch an einer Mehrheit vorbei. Vielleicht, kann ja sein. Durch die Pandemie und so. Wir wissen ja nicht, wie es Ende des Jahres aussieht, wenn dann die Wahl ist. Ja. Ja, ich hoffe, dass, äh, also ich glaube, die Zahl wird eher größer, die langsam keinen Bock mehr auf Corona und Lockdown und so haben. Und deswegen so ein bisschen politischen Verdruss kriegen gegen, gegen die Regierung. Aber die Mehrheit findet es ja doch nach wie vor eigentlich gut, wenn man, äh, die Maßnahmen einhält, beziehungsweise verschärft. Ja, bundesweit vielleicht schon, aber ich meine jetzt so Thüringen bezogen und so der ganze Osten ist ja sehr rechtsversifft, weißt du. Und, äh, sehr stark gegen, gegen die Maßnahmen. Also im Bundesvergleich zumindest. Und es kann schon sein, dass die AfD, ja, früher oder später mal in Regierungsverantwortung kommt in Thüringen. Kann ich mir gut vorstellen, wenn die FDP ganz rausfliegt aus dem Landtag und die CDU durch Merkel ja auch einiges verlieren wird, dann nehmen wir dann die, die radikaleren, in Anführungsstrichen, Kräfte zu, wie linke, grüne, AfD. Und dann wird es, glaube ich, nicht lustig, weil ich glaube, dass die AfD, ähm, stärker sein kann, als die linke ist, ist. Das wäre auf jeden Fall innerhalb von Thüringen der Switzeru von der Linken zur AfD. Wobei der Ramelow ja auch relativ maßnahmenkritisch ist. Also er versucht ja auch immer so Maßnahmen abzuschwächen. Und es finden viele gut, dass er nicht eins zu eins so mit dem Trend mitgeht, was die anderen Bundesländer machen. Aber auf der anderen Seite finde ich ihn auch sehr larifari und sehr, er schwächt mir manchmal auch zu viel ab. Habe ich ehrlich gesagt kaum verfolgt. Aber wenn sowas wie Ausgangssperre zum Beispiel abgeschwächt wird, finde ich das gut, weil, ganz ehrlich, ich glaube, das ist eine Sache, die im Verhältnis viel weniger bringt, als, als, äh, Verdruss in der, in der Gesellschaft fördert. Ja, das kann ja sein. Ich glaube, dass sich tagsüber die Leute viel härter treffen, als fucking nachts. Also, das ist, oder vielleicht hätten sie auch Ausgangssperre nur am Wochenende machen können. Oder was weiß ich, aber, weißt du, das ist doch, das ist doch dumm. Ja, es schafft schon weniger Anreize, ne? Also, Menschen treffen sich schon gerne abends. Auf, 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 hier oder zwei. Ist alles richtig, ist alles richtig, aber das ist halt so ein, so ein zusätzliches Ding, weil, die Regel besteht ja sowieso, dass du dich nicht mit Leuten treffen sollst. Wenn du dann noch sagst, jetzt mach mal Ausgangssperre, weil wir trauen euch nicht zu, dass ihr euch an die Regeln haltet, das ist halt, das sorgt für mehr Verdruss. Wie gesagt, ich persönlich hatte nichts dagegen, ich habe mich auch dran gehalten so, aber ich weiß halt, wie das in der Bevölkerung wirkt. Und da, ich glaube, das ist einfach kein, nicht genug Gain, weißt du, für das Negative daran. Ja, es stimmt leider, dass man, dass manche Maßnahmen sinnvoll sein können, aber wenn sie halt nicht eingehalten werden, werden sie halt verschärft. Und das sorgt halt für noch mehr Frust gegen die Regierung und gegen die Maßnahmen. Es ist halt dieses, ich habe jetzt so ein schönes Wort gelesen, Präventions, Trugschluss oder, weiß ich nicht. Geiles Wort. Ich weiß es gar nicht, wie es hieß, aber jedenfalls, wenn Prävention funktioniert, dass dann die Menschen das nicht mehr als notwendig ansehen, obwohl sie halt funktioniert, weißt du? Ja. Präventionsdilemma, keine Ahnung. Was auch ein Präventionsdilemma war, war die GME-Aktie, GameStop. Nee, schlechte Überleitung, aber es gab jetzt das Congressional Hearing, das war online, das war völlig absurd irgendwie. Also es gab eine Anhörung vom US-Kongress von den Leuten, die quasi die Schlüsselfiguren in der ganzen GameStop-Aktie-Sache. So, das ist einmal die Person, die das entdeckt hat, dass das Shorten über 100% passiert ist. Deepfucking-Value, der Reddit-Nutzer. Dann war es der CEO von Robinhood, eine der Apps, die quasi den Handel verboten haben. Dann war es einer von Citadel und einer von Melvin Capital. Diese ganzen großen Player, die da dran beteiligt waren. Ach ja, und ein Reddit-CEO war auch noch dabei. Und im Grunde will ich einfach nur darauf hinaus, dass Deepfucking-Value hat es gesagt, live im Kongress quasi, obwohl es einfach, das war so Wohnzimmer-Atmosphäre. I like the stock. Er hat es gesagt und das Internet ist ausgerastet. I like the stock. Also es war ganz witzig, der Robinhood-CEO ist völlig, völlig baden gegangen mit seinen auswendig gelernten, abgelesenen Texten. Es war wirklich ganz, ganz finster. Also da hättest du wirklich auch eine ganz schlechte 90er-Jahre-KI hinsetzen können. Ich habe es leider noch nicht komplett gesehen, deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich war die letzten drei Tage ganz viel draußen und heute auch wieder. Dann guckt euch mal das Wetter an. Ja, es waren sehr schöne Storys, wie du Schlitten gefahren bist und in Schneehaufen gesprungen bist und Sachen verloren hast, wie Kopfhörer zum Beispiel. Ach so, ja, dumm. Ja, das auf jeden Fall dazu. Vielleicht sage ich nächste Woche nochmal was dazu, was, wenn da irgendwie mehr raus ist oder wenn ich das halt vielleicht nebenher mal zu Ende geguckt habe. Das geht halt eine Weile. Was auch eine Weile geht, ist der Reichtum von Dubai. Hast du das mitbekommen? Nee, wären die jetzt arm. Nee, aber gab ein großes Segment von Jan Böhmermann über Dubai-Influencer. Hast du das gar nicht mitbekommen? Habe ich nicht, habe ich, das ist doch, ich habe es, äh... Ihr lebt doch aus der gleichen Tasche, Yasis. Ja, ich habe es gesehen, dass es sowas gab, so einen Beitrag von ihm, aber ich habe ihn nicht gesehen. Also, too long didn't watch Zusammenfassung wäre, dass ganz viele Leute, unter anderem Sami Slimani, den solltest du kennen, nach Dubai auswandern, weil da ist ein Steuerparadies, aka man zahlt gar keine Steuern. Man muss sich aber verpflichten, also man kann dort quasi wirklich anerkannter Influencer werden, wenn man einen Wisch unterschreibt, der allerdings gleichzeitig dir verbietet, schlecht über Dubai zu reden oder kritische Themen anzusprechen. Auch in Dubai ist zum Beispiel verboten, homosexuelle Beziehungen zu führen. Also die Leute gehen quasi nach Dubai, sagen, wie geil das da ist, kriegen keine Steuerlast dazu, aber im Falle von einem Simon Desi zum Beispiel, der gesagt hat, er ist aus Hamburg rausgegangen, weil Hamburg ihn angezeigt hat, weil er seine Videos nicht machen konnte, wie er wollte. Er hat nämlich eine Straftat vorgetäuscht und das wollte Hamburg irgendwie nicht. Verstehe ich nicht. Geht jetzt nach Dubai, um dort quasi ganz, ganz viele Dinge nicht tun zu können. Also ich habe mich nicht damit beschäftigt, alles, was ich jetzt an Infos raushaue, ist aus diesem Segment. Und zum Beispiel Tanzen in der Öffentlichkeit in Dubai, verboten. Was? Was machen denn Influencer dann, wenn sie nicht glücklich vor irgendeiner Shopping Mall tanzen können? Da kannst du ja gar nicht einen neuen Dancer drehen in Dubai. Richtig. Müsstest du einen neuen Walker drehen? Einen neuen Dastehen. Ja. Einen neuen Stander. Und wer ist da jetzt alles hingezogen nach Dubai? Simon Desiu und Sami Zaynani? Genau. Viele andere Leute, die ich nicht kannte und du vermutlich auch nicht. Irgendeine Familie, ganz viele so Beauty-Influencer und so. Achso. Und ich weiß nicht, Dubai, okay, also ich würde mir das vielleicht auch mal angucken aus so einer morbiden Faszination. Aber wenn irgendwie Sami Zaynani da postet, oh, guckt mal, guckt mal, diese Skyline. Ich weiß nicht, das gibt mir halt nicht so viel, muss ich sagen. Aber ist Sami Zaynani nicht auch eher nicht heterosexuell? Nee, also ich glaube, der ist metrosexuell, aber ich glaube, der mag schon Frauen. Ich weiß es nicht. Also wenn der auf Männer steht, dann ist das so richtig. Also ganz ehrlich, das ist dann Darwin Award. Ich google gerade und er hat sich wohl nie geoutet zumindest. Aber komm, der, also weiß nicht. Ich dachte immer, dass es bei ihm eindeutig ist. Wenn er jetzt nach Dubai zieht und man es da nicht sein darf, dann ist es ja doppelt doof. Ja. Und das alles nur, um Steuern zu sparen. Ey, wer so viel Kohle verdient, weiß, der kann doch auch mehr Steuern zahlen. Ich verstehe das immer nicht. Ich glaube, an sich wäre mir auch Dubai einfach zu klein. Das ist halt winzig. So, wenn du, wenn du dann halt in Dubai bist. Ich weiß nicht. Aber Dubai soll sehr schön sein. Also schön warm und, äh, wohlhabend. Ja, künstlich schön gemacht, ja, schön warm, 50 Grad, geil, ich kotze. Nebenan direkt Saudi-Arabien. Ja, ähnlich offen und aufgeschlossen wie Dubai. Wenn du mal googlest dir nach Dubai und google Bilder, das ist schon, äh, ja, majestätisch, ne? Ja, aber das meine ich halt, das ist irgendwie, ja, ach, so ganz viel über den Prinz von Dubai wurde auch erzählt, dass der irgendwie seine eigene Tochter entführt und gefoltert hat und so Geschichten. Aber Dubai, wuhu! Ähm, ja, wie gesagt, also so, mal angucken, okay, aber, ich weiß nicht, mir wirkt das alles so steril irgendwie. Ja. Weißt du, das ist, wahrscheinlich ist es ja auch einfach so, weil es ja relativ aus dem Nichts jetzt da rausgestampft wurde. Hm. Keine Ahnung, alleine diese komischen Inseln, diese künstlichen Inseln da, das ist alles irgendwie, ich weiß nicht, da, 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 da sehe ich lieber ein altes, zerfallendes Dorf oder so, statt sowas Sterilen. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, Tokio zum Beispiel finde ich jetzt auch nicht super ästhetisch, weil es irgendwie eine Skyline hat oder so, weißt du? Ich finde Tokio vielleicht auch gar nicht ästhetisch, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich feiere halt die Leute und diese ganze Mentalität und Kultur, ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Tokio unbedingt schön finde. Ich will auf jeden Fall nochmal hin, weil, also, ich bin da jetzt neulich mal mit Google Street View durch, Alter. Was da für geile Skatespots sind. Hm. Ich muss in Tokio ein Video machen, ey. Egal. Kleiner, kleiner Abschweifer. Wer auch abgeschwiffen ist, vor allem wissenschaftlichen Methoden noch zum Schluss. Es gab, es gab, oder es gibt einen Uni-Professor aus Hamburg, einen Physiker, also einen Experten für, für Virologie, der behauptet hat, dass Corona in einem Labor entstanden sein soll, was er wohl nachweisen wollte oder nachweisen will, in einer wissenschaftlichen Abhandlung. Und überall in Magazinen, Zeitschriften, Zeitungen wurde gepostet und geschrieben, ähm, Wissenschaftler bestätigt oder, oder, ähm, rückschließt, dass Corona aus dem Labor kommt und so. Und alle dachten, oh Gott, oh Gott, ähm, offenbar war es doch nur ein, 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 ein Unfall in irgendeinem Labor. Aber jetzt haben sich wohl auch andere dazu gemeldet, die diese Arbeit gelesen haben und auseinandergenommen haben. Und er bezog ganz viele Quellen nur aus irgendwelchen Online-Magazinen und YouTube-Videos und Facebook-Postings, also relativ unseriös. Ähm, und jetzt wird ihm, also echt, unlauteres Methodieren vorgeworfen. Ja. Also ich mach das auch fast immer, wenn, wenn mir irgendwas geschickt wird, auch so, oder ich irgendwas lese von einer Seite, die ich noch nicht kenne, immer erst mal, äh, ein Media-Bias-Fact-Check. Ja. Und, äh, schau halt, was die Quellen so sagen. Und wenn da irgendwie, äh, far right oder auch far left, muss ich sagen, wenn da far left steht, denke ich mir, oh, okay, dann hast du halt eine Agenda, die du verfolgst. Äh, ich, na, dann bin ich auf jeden Fall skeptisch. Und wenn dann aber noch unten drunter steht, dass, äh, die faktische Berichterstattung sehr, sehr zweifelhaft ist, dann weiß ich Bescheid. Oh, Alter, jetzt muss ich schließen. Äh, äh, äh. Ich hab keine, äh, äh. Das klang auf jeden Fall gesund. Ich hab keine Socken an. Ich hab keine Socken an, da muss ich dann immer niesen. Müssen wir langsam zum Schluss kommen. Aber das kenn ich auch von mir, wenn ich, wenn ich ohne Socken schlafe, dann bin ich am Morgens so ein bisschen, so leicht erkältet. Ekelhaft. Ja. Ah, beim Sex, Alter, noch drei Socken anziehen. Socken, Alter, jetzt hab ich grad geredet, der Typ von Sportfreude ist stiller. Aber ekelhaft. Aber du hast recht, beim Sex Socken tragen, das soll die Orgasmusfähigkeit fördern. Sag ich dir, Alter. Also 30 Prozent. Gibt's Studien dazu. Kann ich jedem nur empfehlen. Was ich noch jedem empfehlen kann, ist bei mir im Stream vorbeizuschauen. Am Montag geht es wieder weiter. Shenmue, gerade angefangen, ihr habt nichts an der Story verpasst. Letztes Mal kam ich nämlich nicht zu so viel, weil Mimi mich geradet hat. Über Mimi haben wir hier schon sehr oft berichtet. Ach. Und der ist in mich reingeradet mit, ich glaube, 800 Leuten oder so. Das war schön. Danke, Mimi, an dieser Stelle. Hast du auch dafür viele Follower erhalten und Abonnenten? Ja, ich glaube, 60 oder so. Abonnenten, ich glaube, nur Verschenkte. Also John oder so haben dann halt Abos verschenkt. Aber wer kommt denn neu rein und subscribt direkt? Das ist doch Quitsch. Ja, stimmt. Aber schön, freut mich. Ja. Ich mache gerade eine Streaming-Pause mit meinen Leuten, mit meinen Menschen voller Kraftmischwerk. Wir hatten ja auch jeden Dienstag gestreamt und haben jetzt bei 100 Followern erstmal Schluss gemacht. Das wurde einfach zu viel. Wir hatten zu viele Fans bekommen, zu viele Fanposts, zu viel Geld bekommen und der Ruhm war nicht mehr auszuhalten. Wir konnten nicht mehr einkaufen gehen, ohne Geld bezahlen zu müssen. Da haben wir gesagt, nee, wir machen erstmal Pause. Na gut. Aber Twitch, wenn Twitch ernst, dann muss man halt echt, also ich bin jetzt mit zwei Tagen, glaube ich, am Minimum, merke ich. Seit ich, ich mache jetzt ein Jahr zwei Stream-Tage. Und seitdem ich das mache, läuft es halt auch einfach besser so. Und das ist halt Twitch. Du musst bei Twitch wirklich sehr, sehr regelmäßig, wahrscheinlich eigentlich noch mehr. Ja, das war ja nicht unser Anspruch. Wir wollten ja einfach nur ein bisschen so jeden Dienstag so einfach Gesprächsrund machen mit Leuten. Und wir hatten ja auch so die Hälfte der Zuschauer, die da mitgechattet hat. Und es war eher so einfach nur labern und gucken, wie weit wir damit kommen. Und ein öffentlicher Zoom-Call. Quasi. Schön. Seit Corona zumindest. Wir hatten ja vorher dann live uns getroffen und gekocht und so. Und gelabert. Würde ich sagen, ich reiße noch kurz eins, zwei Sachen ab und dann machen wir da mal die Woche hier. Ja. Witzigste Überschrift diese Woche war noch, dass 30 Taliban-Militants gestorben sind bei einer Bomb-Making-Class. Also die haben quasi gezeigt, wie man Bomben macht, so. Ja. Hogwarts quasi. Hogwarts für... Funte Explosionen. Anschläge, ja. Genau, Hogwarts für Anschläge und 30 sind dabei gestorben. Das ist ganz schade. Außerdem hat Indien eine 21-Jährige verhaftet, weil sie ein Google-Doc getweetet hat von Greta Thunberg über die Proteste von den Farmern in Indien. Ist denn Indien da so schlimm? Ich bin da nicht... Indien ist da auch nicht ganz so lupenrein. Kann ich direkt noch die nächste nachschieben. In Indien war nämlich auch eine Muslima brutal verprügelt bei einer Randgruppe von extremistischen Hindus. Was von Hindus? Ja, also so eine Randgruppe, nicht so. Radikale Hindus. Weil sie einen erfolgreichen... Was, du kennst kein Hindus. Doch, aber... Hinduismus. Klar kenn ich das, aber so radikale Hindus kannte ich nicht. Ach, es gibt alles radikale. Ich bin radikaler Rock, nicht über dem Bauchnabelträger. Oder radikale Buddhisten, das wäre auch lustig. Ja. Also sie hat einen erfolgreichen Laden, deswegen wurde sie verprügelt. Und dann hat die Polizei einen Case gegen sie gemacht, statt gegen die Angreifer. Weil sie so erfolgreich war? Weil halt alles ein bisschen komisch ist. Weil es alles ein bisschen komisch ist, Tino. Außerdem gab es in Japan, ich war schon mal in Japan, ein Erdbeben. 7,1 ist schon ordentlich. Das ist stark, ja. Das war so groß wie das Vorbeben von damals, als dann die Flutwelle kam. Es gab zum Glück kein Nachbeben. Aber immerhin. Habe ich mir nochmal aufgeschrieben, weil in Japan war ich schon mal. Tino, was geht mal der Woche? Ja, so kleine Infos habe ich auch noch so, wie... Ach so. ...dass zum Beispiel der NASA-Rower auf dem Mars gelandet ist. Ach ja, Alter. Das war eine große Meldung. Ich habe mir noch vorgenommen, das schreibe ich auf. Das war halt so eine Sache, die mir irgendwie emotional völlig egal war. Obwohl viele Leute das als Hype-Thema hatten. Deswegen sehr gut, dass du es nochmal einbringst. Ja, gerne. Nawalny ist im Straflager gelandet. Wurde jetzt verurteilt, das wissen wir ja schon. Und sah man ins Straflager für ein paar Jahre. Uncool. Und der Hildmann hat wieder einen tollen Post gemacht. Er hat nämlich ein Foto gepostet von einem Einkaufsladen mit leeren Regalen. Und schrieb dazu, so sieht es in Großbritannien aus und auch bald in der BRD. Und es ist ihm nicht aufgefallen, da ist über dem Regal ganz groß das Wort Werbung stand. Das heißt, es war schon ein deutscher Laden. Witzig. Und das war relativ ironisch. Ja. Und was uns noch betrifft, so ein bisschen hier als Weimarer, ist eigentlich auch eine große Meldung eigentlich. Aber das schaffen wir jetzt gar nicht mehr. Auf der Bahnstrecke zwischen Weimar und Krannichfeld ist ein 13-jähriges Mädchen missbraucht worden von einem älteren Mann. Also was heißt älter? Auf den Schienen? Nicht auf den Schienen, nein. Es war im Zug offensichtlich. Und es gab wieder ganz viele Kommentare so, ja, wo kommt der Täter her? Und es war bestimmt wieder ein Ausländer und so. Die greifen ja öfter mal Mädchen auf der Strecke an und so. Und dann als es rauskam, dass es ein Deutscher war, waren die Kommentarspalten völlig leer. Aber was heißt denn missbraucht? Ja, sexuell vergewaltigt stand in dem einen Artikel drin. Genau, im Zug. Das hat keiner mitgekriegt oder was? Doch, also es gab wohl Meldungen, ich habe jetzt nicht alle Artikel gelesen, aber einen habe ich gelesen, in dem stand, dass wohl die Fahrgäste nicht viel gemacht haben dagegen. Ich bin auch gerade ein bisschen... Haben die Handys draufgehalten. Und ich kenne das ja von mir. Ich bin ja auch mal auf derselben Zugstrecke von Nazis belästigt und attackiert worden. Und auch da haben weder Schaffner noch die Fahrgäste was gemacht dagegen. Aber da muss ich ein bisschen empathisch sagen, dass das ist emotional was anderes, oder? Also wenn da irgendwie eine Gruppe von gewaltbereiten Leuten einen attackiert, da gehst du nicht dazwischen, weil du Angst hast vielleicht. Aber wenn ein Typ ein Mädchen vergewaltigt und du nicht dazwischen gehst, das ist schon echt hart. Genau, auch hier bei news.de steht auch nochmal Vergewaltigung in Bad Berka. Na, das wundert mich nicht. Das Nächst. Mich auch nicht. Da haben wir auch den Bogen gespannt. Bad Berka hat nämlich auch so eine Jerusalemer-Challenge gemacht. Erst rein, jetzt werden die auch bis auf die Unterhose verklagt. Und dann müssen die sich auch mit Vergewaltigung über Wasser halten. Keine Ahnung. Ich kriege den Bogen nicht zu. Egal, Tino, was geben wir der Woche? Ich fand, da waren schon ein paar Events dabei. Das war jetzt nicht das eine Riesending, wenn man jetzt mal von Lidl absieht, weil es ist halt fucking Lidl, Alter. Ja, aber gemessen an den letzten Wochen so mit der Amtseinführung von Biden, mit Impeachment-Verfahren und so weiter, war die Woche relativ schwach. So, Tino, und da hake ich nämlich jetzt ein und verweise auf meinen Gäner vorhin, denn die haben in Myanmar mit scharfer Munition auf Zivilisten geschossen. Das ist einfach reudig. Das ist richtig reudig, das stimmt. Das drückt die Woche hoch. Außerdem Jerusalemer, das ist für mich ein großes Thema. Ja. Ja. I like the stock, GameStop. Also ich wäre schon, ich wäre schon, guck mal, Alter, Lidl, ja, Bombenattentate, wow. Kanye West, Scheidung, Mimi, mich geradet. Also ich bin schon, glaube ich, ich bin schon, boah, Alter, emotional bin ich bei einer Sieben. Ui. Obwohl ich wahrscheinlich, obwohl ich wahrscheinlich das nicht, nicht rechtfertigen kann. Hm. Dubai Influencer. Oh. Ja, der Edna-Ausbruch war ja auch ein Riesending, ja. Edna, ja, siehste. Die Sachen von dir habe ich ja dann gar nicht bei mir stehen. Ja. Ja, 6,5, 6,5 vielleicht. Mach mal 6,75. 6,75, okay. Komm, oder? Okay, wir versuchen es. Schön. Es ist wunderschön mit diesen Zuhörern hier immer. Ja. Leute, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr hier immer am Start seid. Es ist so schön auf Spotify, auf YouTube, auf Soundcloud. Es ist so geil. Wir hören uns aller spätestens nächste Woche wieder. Ja. Das ist ein großer Spaß mit euch. Gönnt euch einen Hörerwunsch. Es ist auch einer in der Pipeline, der kommt, die Tage. Bestimmt. Sag ich jetzt hier. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich an dieser Stelle. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nächste Woche. Ja, genau. Was Tino sagt. Die Musik. Ho. Au. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020